Ja, Hände nach vor und ganz um mich. Führerzeugen mit den Händen, Führerzeugen. Super. Es geht, aber darfst du nur nicht reichen, dann fahren wir die Hüte. Jetzt haben wir uns mit meiner Haube und dann haben wir die Hüte nicht. Geht schon, ist nicht so schwer. Du hast nicht so viel, auf der Hand hast du nicht so viel Belastung. Weil du mit den Haxen hochsprengst. Oh mein Gott. Ich mach' ein bisschen fest. Du traust dich. So weit wie möglich wäre. Ich hab' ein bisschen rausgekommen. Ja, ich hab' ein bisschen rausgekommen. Ich hab' das jetzt nicht rausgekommen. Ich hab' das jetzt nicht rausgekommen. Nein, das ist weg. Aber das ist weg. Ja, ich hab' das jetzt rausgekommen. Und jetzt hol' ich welche rausgekommen? Ja. Jetzt zuhören! Und zuhören mit dir? Ja! Ja, okay!